Halli, Hallo, Hallöchen Willkommen zurück bei Conan mit Bio und dem Poltergeist und Fee Aua! Poltergeist Den Poltergeist Bio Ach, ich mach dich ruhig mal mich lustig Nein, überhaupt nicht So, unser äh, Freund hier ist fällig Oh, das verdorbene Schlange Außer dem wer sagt, dass es Poltergeist da nicht gibt, wir müssen äh, Eisen holen Ja, lass mich doch eben, Bio, ich habe hier einen äh, Wächter Ja, ja Das ist ein, äh, warte mal, ich guck nochmal im Nachwarten, ist Äh, dafari-Kämpfer 2, war das der, äh, Fee, war das der, der, der die Pfeile geschossen hatte? Boah Ey, das ist die heißen Archer, also Vorhenschütze Achso, ja, dann setz ich ihn trotzdem, einfach hier, einfach hier hinsetzen irgendwo, oder was? Ja, 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 jetzt immer Ja, die Ja, ihn So, da ist er Du musst hier noch ausrüsten, der hat nämlich noch keine Waffenhälte Achso Oh, wie wüsste man denn überhaupt welche ausfüllen? Äh, du musst hier einfach ansprechen mit E Ah, okay Dann hast du da so einen Inventer und rechts was als, äh, Behälter, okay Rüstung, aha, okay, da gab es früher nicht Oh, und der muss gerade erstmal hochleveln, schon mal Müssen hier futtern? Ne, ne Rüstung 12, Rüstungsgewicht Weißer hab ich was, äh, ne Kann ich mal was geben Ob er weg ist, keine Ahnung Sollen wir eben noch einen holen, bevor wir, äh, äh, ein Eisen holen? Sollen wir noch einen holen? Ja, können wir gerne machen Äh, am besten Ich hab Knüppel und ein Seil hab ich auch Am besten Tänzer, ich glaub da war auch ein Tänzer, ne Ja, da war ein Tänzer Den konnten wir aber letztens nicht bekommen Ja, der war so Dann konnte er nicht runterknüppeln Ja, der wollte nicht so Äh, mit Schwert Hab ich einfach versehentlich ihn ins Feuer gelegt So Wollte mich vielleicht erstmal hochheilen So Äh, warum Fangen jetzt rohes Fleisch essen La, 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 la Ja, schön hat er es geskillt hat Hab ich schon ein paar mal den Arsch gerettet Was, was? Ey Du hast sowas gekriegt dafür? Wo sind Bio? Achta Ey, hier Warte, ich bin gerade am, äh, skill Oh, ich soll vielleicht mal was trinken Wieso sehe ich Bio's roten Lebsbalken Ja Keine Ahnung So komisch Fühle nicht Ich muss mehr Nur ein, was man Äh, wir wollen mit Tänzer, wollte ein Bier Warte, den wollte ich mit Deutsch Ich brauch Herzen Ja, ja, kannst du nicht, kannst du ja, ne Ja, die Gegend gibt es ja Kill, ne, ja, nur Also ich hab da auch schon mal alleine hier, äh, platt gemacht, ganz alleine Man sollst du nicht Den Grat doch noch Okay, wo ist der Tänzer? Was ist das einer denn? Was ist das einer denn für Tür? Äh, ein Packer oder so Ah, da ist der Tänzer Warte Enträger Ja, Enträger Ne, ich will den Tänzer haben, Mann Ich hab ne Blutung Wenn der jetzt da runterfällt, dann bin ich mal am Arsch Ich renne mal ein Stück weg Damit er wieder nicht runterfällt Oh, ich hab ne krasse Blutung, ja? Oh ja, ich auch Oh Gott Ah, er liegt, er liegt Okay Okay, ich glaub ich bin jetzt aber gleich tot Ja, ich bin tot Oh, oh, ich auch Ja, ich bin auch Oh nein, ich glaub ich bin an der Werkstatt Also an der Schmelze Nein Faye, hast du noch ein Seil? Nee Gott Dass ich wüsste, oder? Doch, hab ich wohl Dann nimm den Tänzer mal mit Ja, falls Ich seh den nicht mehr Hä? Normalerweise müsstest du den sehen Ne, der ist dispawned Oh nein Hä? Der ist dispawned Ne, normalerweise die spawnen die nicht Der ist dispawned Hier liegt kein Tänzer mehr Oh mein Gott, eine riesen Oh mein Gott, eine riesen Spinne Eine riesengroße schwarze Spinne Das ist der tote Packer Und mehr Seh ich nicht mehr Der Tänzer ist weg Okay Hä? Oh, cool Ich hab aber alle Ja, ja Ich hab meine ganzen Sachen Ja, ja Hatte ich Irgendwie hat das nicht geklappt Mit der Übernahme der Sachen verliert Und ich hab dann auch nicht mehr umgestellt Boah, hab ich jetzt Also ich persönlich Das ist jetzt nicht so tragisch Ne, find ich auch nicht Ne, ne Aber der Tänzer war wirklich weg Ist weg Bitte liebe Zuschauer seit nachsichtig Wir sind eh totale Bobs in dem Game Ja, natürlich Nein, dann geht es sich nicht aus der Rehmer Äh Nur wieder von vorne anfangen Ist auch ätzend Die Tänzer ist weg So Tänzer ist weg Wir steht da, glaube ich, hinten wieder Echt Da steht nämlich einer Ne, der ist halt nicht Das ist der Brotbling Ist doch nicht der Tänzer Ne, das ist der Packer Ey, ich hab den Packer getötet Ja, der ist tot Der liegt ja hier Die sind alle tot Du tot, ich tot Alle tot Nehmen wir den einen da noch mit Oder? Ey, kannst du mal aufhören Ich hab mich abzuernten Das ist ja eklig Bio, sollen wir uns den einen dann wenigstens noch holen, der da liegt Steht Ja, warte, ich bin gerade unterwegs Ja, ich war leider an der Bettrolle hinten bei der Schmiede Welcher Schmiede? Bei der Schmelze Da beim, beim Eise So Au, ich bin noch auf den Stachel gelatscht Das war jetzt nicht so toll Aber der Das hat es auch nicht geschafft Der Tänzer ist echt krass, ey Ja, ich hab ihn auf jeden Fall Da hatte ich ja letztes Mal Ja gut, da hab ich ihn nicht drauf auf mich aufkommen lassen Bist du da an deiner Rand? Ja Ja, wir sind nämlich alle tot Der hier auch Ja, holen wir uns in andere Dann holen wir uns den letzten einfach Hallo, du da Nehmen wir den Oh, der da war Das ist auch ein Kämpfer, aber Aua Mann, ey Siehst du den, den grauen Ball? Den, den du mich runter hast Dann gehen die Oh, ey Oh, oh Musst du ja noch ein paar Mal treffen eigentlich Ja, jetzt liegt er Wofür braucht man eigentlich den Kompost? Für Pflanzen Für die, für Pflanzen Ich hab da so Pflanzenkrüge, Krüge an meinem Tempel stehen Ist das, ist der, ist der vielleicht die Spawn, weil ich den am Seil hatte? Und gestorben bin Weiß ich nicht, oder der ist einfach runtergefallen Ich hab da auch mal Also, wo wir uns im nächsten Mal in den Tenser Das sollte ja nicht das Problem sein Ich seh nix mehr Ja, warum hab ich Kampff und sie Äh, hab ich hin Ich glaub ich hab verloren Ja, wo ist die Verlommen Äh, wo sind wir? Pass auf, ach so die Seile gehen jetzt kaputt, ne? Der liegt hier Der liegt hier Ich seh nicht mehr Echt nicht, der liegt hier Seid vor mir Ich seh nicht Was, hast du ein Seil für mich? Ich glaub ich hab eins Ja, warte, ich seh den Ja, warte, ich hab eins Ich mach eins Ich seh den nicht Doch hier Schöner, der bei dir da ist Oh, dauert das lange mit dem Seil hier Kann man den festbinden? Hm, einfach eh drücken Mit dem Seil in der Hand Mit dem Seil in der Hand Ja, jetzt seh ich ihn wieder Krass Gibt's jetzt aber auch halt andere Fesseln Also Metallfesseln Ach so Na gut, sechs Schleimsuppe ist noch drin Ach so, ach quatsch, da brauchen wir ja noch Warte Ja Döns Äh Zack Aber ich müsste aber auch gleich mal was Äh, irgendwas futtern hier Regeneriert sich ja, ich müsste auf jeden Fall irgendwas essbares verhindern Weil um mich ist es nicht so gut, äh, bestimmt Aber wir haben doch bestimmt da hinten irgendwelche Tiere, die ich mal eben so ein bisschen, äh Wir nehmen darf Hallo Tierchen? Kein Tierchen mehr hier, oder wat? Wer ist das alles abgeschlachtet, oder wat? Nö Ist nie los Uff Na Ausdauer ist ausgegangen Ich wollte ja noch Ich wollte ja noch Abbeutungsmuster machen Schieße nicht auf die Tiere, die ich Mir hier gerade hole und und heute und so weiter Ich bin schneller platt Moment höre ich Ja Mama kommt das zu Hallo Mama Das ist die Mama Na 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 Toll Knochen Ja Ja Ei 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 verboten La 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 bei dir eben dessen besorgen und ich bin sowas von gedammt so hier läuft unser komischer der leuchtiger ja ja das sind jetzt begleiter es ging ja vorher nie konnten nur immer ich verfolgen das gebiet sehr weit ausgedehnt ist die tempel ich bin wieder in der base dann gehen wir gleich eisen ja da sind viele wie hießen die tiere nochmal diese diese stein viecher welche stein viecher diese ja genau die sind da mittlerweile sehr viel vertreten in der eisengegend ja ja komm mal kommt mal mit gleich also sobald wir die zeit ein schuss wird der johnny mögen ich glaube hier irgendwie gerade kein wort der ist an der hülle oder so retten ne ne keine hülle ich bin hier ich glaube dem irgendwie gerade kein wort das wird die johnny mögen doch ich dich jemals irgendwie ähm das ist jetzt nicht fair und nett bohr übel der eine hat mich echt drunter gedamaged ich muss mich erst ein bisschen lehrer machen lehrer und das konnte muss man die steinkiste das ist mittlerweile schon sehr geil geworden joa wer denn hier schon verwittertes schädel das kriegst du von den typen wenn du die töd also wenn du die ausschlacht ist die menschen achso und nette wort waren ausschlag knochen soll ich die mal ins mahlwerk packen ja wir brauchen aber auch für die rüstungsbank ne knochen achso ich hab sie jetzt in den in fleischer in den fleischwolle 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 wenn du die blätter von morgen mitten im weg stehen das ist manchmal echt nein weil ich gerade was gucke meine güte weil ich da was reingetan habe du musst soll man nochmal metall holen gehen für fleischermesser und sowas ja genau das wollten wir reutermesser heißt das übrigens es gibt auch ein fleischermesser ja aber das was so ach du bist ja schon so hoch vom level mal wieder willst du das spiel und hä ich bin 25 level 25 aber ich bin 23 also passt ja hä geht doch nur ja eben wo seid ihr denn ich hab mich nur mal eben ein bisschen leer gemacht ich bin ach da vor mir hatte ich war gerade wir gucken wir in diesem fleischermesser war das irgendwo und ist aber glaube ich erst ab 25 oder so der stellen ey ab 15 echt ja also du kriegst kriegst direkt hackmesser und das ab heute messer ok kann gut sein ok ja und ne eisenspitzhacke brauchen wir auch mittlerweile weil wir noch mehr eisen kriegen wollen wir wirklich da lang laufen das ist nicht so schlimm wie du glaubst ich spinne die sind nicht mehr ganz so schlimm ja also naja manche klar ich bin ja hier nicht ich bin der erste gleich totes weißt du ja schon jedes mal durch also ich bin ja jedes mal durch so ach du bist in das eisenlager gelaufen ja ja genau aber wir sind ins andere gegangen ich wollte ja auch eigentlich nur was zeigen es geht sich jetzt nicht nur ums eisen da ist mittlerweile voll wenig eisen hab ich festgestellt äh ja 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 da ist eigentlich da ist eigentlich da ist eigentlich Alter sind sie nicht mehr giftig? nö was? sind sie nicht mehr giftig? hast du die hier nicht? ach so eh das kohle ah spinne kommt ja natürlich warum auch nicht was? komm auf mich weisse oh ist noch eine alter jetzt wird aber viel äh eigentlich sind sie nicht so viele aber nein ja ja eigentlich sag doch aber da wird nicht viel gewandert da wird nicht viel also okay ich hab mich so viel abgefunden ja ich aber auch halb brauchst du noch mehr essen? ich hab nichts mehr äh brauchst du noch was? ja hast du was? das ist auch nicht so viel aber ja wir haben schon mal was zack bisschen was gefräten bin ich wieder halb voll da sind verdammt große spinnenbeben finde ich oh geil cooler ist ne mittlerweile egal früher nicht ne komm man da durch? ja ja ich komm mal durch ach so aber jetzt auffrissen warum? äh wegen der da hinter dem felsen äh ne alter was ist da? super cool echt geh mal hin kriegen wir die platt? komm mal hier die Dinger hier äh ich weiß nicht die Dinger kannst du drauf haben äh dann kriegst du äh Spinnenweben Spinnenweben ach so kannst jetzt mehr oder weniger abern ist auch ganz cool wieviel brauchst du ein Bild ah ja äh Seide ach ja stimmt ah ja sind das oh 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 ja ist die getriggert? ne 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 die ist nicht getriggert aber ich glaub die kommt jetzt gleich in unsere Richtung ja die kommt dann in unsere Richtung ja dann sollten wir weg ja aber zu dreht meinst du nicht dass wir die schaffen könnten? äh ich weiß nicht nicht mit der aus was du glaub ich ich würd's nicht probieren ich möcht's auch noch nicht unbedingt probieren wobei wir haben ja eh nix zu verlieren wir verlieren ja nix ja schon auch wieder ok Fee du bist wo? verlieren tun wir ja oh ich glaube ich müsste an der Wüste ja anfangen warte ich hab warte ich warte ich warte ich Wüste warum? weil ich mein Bett schon verbraucht hatte ich bin ja schon einmal gestorben ach so ach du hast ja gar nicht die feste Blätten wir haben schon feste wir haben schon diese Holzblätten ich höre spinne ich höre spinne ich höre spinne ich bin ich mir ganz sicherlich anhöre ey ich kann hier ganz vor Belagerung mit anderen äh 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 Bussi auch da Dreh-Links hast du hier schon weggebaut? ja da hab ich einen Schmelzen gebaut achso und war die Donny vergiftet was? ich vergiftet was? wie die hält viel aus weil da ich muss ja gar nichts ich mache ja gar kein schaden ich bin direkt tot ganze ganze knie alter hat einen hit gemacht er bei mir ein paar mehr aber trotzdem getötet durch riesen spinne wieso hast du da oben der schmelze gebaut ja zu schmelzen zu beisen dann musst du nicht so viel eisen tragen dann kannst du es direkt in barren schmelzen und dann kannst du mehr barren tragen ja so mal an unsere andere vorrichtung gehen ja weil ich binne kannst du eigentlich vor leicht umgehen wie ihr gesehen ja aber wir haben ja noch die andere dinge ja ja ich was muss halt nicht mehr dass da so wenig ist weil fast kein eisen mehr ja nicht wenig mehr geworden dafür kriegst aber spinnen wegen da es ist echt verdammt wenig geworden habe ich ja schon geplündert das hatte mich aber auch ein bisschen gewundert hat mir leid kannst hier du musst leider leiden weil ich nachher irgendwann hunger und ich habe nur eine tierhaut gekriegt ja ausschlumpfhausen bitte sehr jetzt habe ich drei fleisch kann nichts essen ich habe die hyänen schon getrügert aber ihr seid doch schnell doch hier ah ok ich habe spinnenfäden ich habe voll viel euro ist gleich noch hier hast du noch mehr wo sind das jetzt her ich habe das die ganze zeit von den spinnen und so ach so ja aber das wird ja nur nach und nach schlecht also immer nur ein stück so machst du viel eben was zu essen wollen und regenerieren dauert immer so lange jetzt mit ja und wie ich inzwischen durch immer raus also wahrscheinlich nicht zu lang drin ich würde mal eben hier kann die schaden er außerdem kriegst du dann noch die komischen viecher eben die brauche die wilde diese läuse also diese daraus kann ich irgendwas machen ich habe keine ahnung was in trank diese insekten da die man sammelt oder weiter ich habe jetzt da steht dass der trinker keine hemmungen mehr hat wir können jetzt erstmal wo sollt ihr denn wo sollt ihr hier ach so hier bin ich hier ja warte ich brauche auch im essen ach so ich habe hier über weiß ich nicht wie viel drin da habe ich mir das so raus von die 50 ach ja du kannst ja du kannst ja so froh essen ja schon genau wer kann roh essen wird geskilled weiße ja aber es ist vorteilhaft jetzt auch glaube ich hohen blutig du musst rohes fleisch nicht kochen nur um ein lebensmittel was nur um einen lebensmittel von der nacht auf zehn hast genau ja so ist es denn ganz unten überlegen zu unten überleben der ist schon er ist ganz wirklich ganz praktisch hat schon ihr lauf warum läuft er noch hoch weiß ich nicht vermissen hat so noch hier noch ich bin jetzt da unten so ich bin fest warum kam mir hier nochmal die hyänen ich weiß nicht was war da hinten Hyäne Hyäne so jetzt ich bin verkrüppelt ja ich habe Hyänenfell das kannst aber zu Leder naja oder auch du also du Rüstung brauchst das auch ich habe nur Hyänenfell und ich glaube du kannst Fellrüstung daraus machen hm aber du kannst auch Leder eben halt draus machen genau jetzt hoch jo ja oder du willst du mit dem Krokodil kloppen ne nur was getrunken achso glaub aber irgendwas hat uns echt ja ich habe Krampf vor sie ich nö ich nö ich auch nö opkmale ist uns kürzgefallen jetzt gleich musst du hier hinkommen ach ja auch cool dass du neu entdecken musst du ein bisschen mir auch noch die die grappen wo saßen gekrempelt haben ne ja auch ähm jetzt muss ich was haben jetzt habe ich einen Krokodil gefunden Krokodile sind auch kein Problem mit hey voll weg ja viele viele wenn die dich erwischen ist aber doof ja gut das schon muss man eben ja und wie war das gleich vor wie ich von denen kriegt man schmackhaftes Fleisch ja ja genau Entschuldigung und das äh halb besser ja ja wenn der Bio nicht sich da vorstellt und ich blockiere meister so mit voller Absicht so ja du kriegst kein Fleisch du kriegst kein Fleisch dafür brauchen wir das Fleischermesser und das Haltungsmesser ich hab nur Tierhaut gekriegt das gibt es doch nicht das bestmöglichste aus den Viechern rausholen können ja also wenn du wirklich viel heute brauchst diese heute ist das ab ab Köpfe ja Köpfe braucht keiner nehmt auch mal reparieren direkt alles so genau hoch müssen wir hier hier die Viecher die da in der Ecke hocken da siehst du die da sind ganz viele oben oh ja ich weiß nicht aber die sind eigentlich relativ auch kein Problem ne fair gewesen ja die waren früher alleine oben gemacht die gab es früher ja auch nicht ne ja wo gehst du lang ach der killt die jetzt Viecher Köln mhm EP holen so ich hol schon mal das Eisen außerdem geben die Schwefel ja aber auch nicht mehr so viel ne ne wachen wir auch mal mehr ja halt schäfer schäfer ah hi Viecher oder auch nicht nur stein ja also zwischendurch geben die nix mehr ja ich glaub doch brauchst du bestimmt auch bestimmt irgendwas bestimmtes für um das abzubauen ja bessere Server Skills hier hier links was hier ich hübsch doch hier hä ich seh trotzdem gar ne ach da hinten an die Waffen hey kristalle und Schwefel ja kristalle geben die auch schon was aua ja jetzt hat er mal einmal gehauen jetzt hat er zweimal gehauen aber wie gesagt eigentlich auch kein Problem ich werd mal bei allen Viechern so wär Alter hab ich mich erschreckt gerade ey als er um die Ecke da kam Vorsicht die laufen hier auch Patrouille jetzt die die NPCs ne ok da aus der Stadt